So, wir befinden uns jetzt wieder in der Lutzmannsdorf, in der Therme Lutzmannsburg, auch hier mit der Wasserrutsche. Und hier, die längste Rutsche, die Monster Rider, 270 Meter lange Wasserrutsche. Hier mit doppelten Reifen, man sieht es hier. Und wir fahren jetzt mit der Fahrt runter, jedenfalls 270 Meter und es geht sogar ein bisschen bergauf hier. Die Fahrt geht gleich los. Und die Fahrt geht los. Jedenfalls 270 Meter lang. Die ersten 50 Meter haben wir schon. Eine rasante Abfahrt. 100 Meter. 150 Meter. Mit einer riesen Welle, dass wir in die Stadt kommen. Katastrophe hier. So, und jetzt geht es nicht gleich bergauf. 200 Meter haben wir schon. Hier bergauf. Juhu. Und wir sind gleich am Ziel unten. Und das ist hier Spitze. Und ihr seht am Ziel. Juhu. Juhu. 270 Meter lange Wasserrutsche. Hier in der Therme Lutzmannsburg, im Burgland. Und das Malz. Für euch. Es geht's.